Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Fortnite BR, Duo diesmal mit Alex. Oh shit, bei die Landtoren. Hallo, musst du sagen. Hallo. Achso, ja stimmt ja. Hey, nice. So, okay. Ich geh einfach mal unten in das Haus, wenn der Hoffnung... Ich hab unten ne Schotte gefunden, ich kann's riskieren. Die sind ja bei mir im Haus drin, hast du gesagt, ne? Äh, über dir wahrscheinlich. Hab einen. Ich hab voll vergessen Hallo zu sagen. Bin auf dem Weg, ist er drin oder was? Hab ihn auch, das war das Zweierteam. Jo, okay. Ich geh doch mal wieder, ne? Hör ich aber noch was. Hier hat jetzt einer erst gelieft in der Nähe. Oder vielleicht ist das der Sound, wenn er trotzdem rausgeht, obwohl er schon tot ist. Das kann sein. Naja. Oh, Leggy. So, ist übrigens der... Oh, auf jeden Fall sind wir noch anderem in der Stadt. Ich wollte sagen, ist der aktuellste Patch, aber ist ja Quatsch. Die patchen ja jeden Tag. Das stimmt. Jeden Tag kommt hier was raus. Ich hab auf jeden Fall schon das nächste Waffen-Loadout gesehen, das haben sie schon angekündigt. Das Silence-Ding da? Äh, ne, ne. Also, ich weiß nicht, ob das für's normale Spiel sein will. Kommst du zu mir? Ich seh die Gegner einmal und hier liegt noch ne grüne ARD. Lass ich dir liegen, wenn du willst. Ich hab ne grüne. Okay, dann... Wo sind die Gegner? Äh, äh, SE. Auf der Straße waren. Die waren nicht mal in dem Haus. Dann ist er auch immer noch nicht. Ah, ich seh einen, glaub ich. Ja, ja. Hab ihn einmal gehittet. Okay, Hammer. Ist tot. Wie, nur einer? Ja, hier war ja ein Kampf. Oh, so. Was ist denn? Oh, ja. Die Kiste mitten auf dem Ding ist auch nicht gelootet. Nur Scheiße. Oh, äh, noch ein Schuss. Weißt du von wo? Nö. Er geht nur auf mich. Scheiße, komm, zeig dich. Ich bin mir in ne Schussrichtung oder so. Das ist schwer, das einzuschätzen gerade. Könnte tatsächlich von uns Jüden gekommen sein. Lass mal trotzdem abhauen. Vielleicht schießt er ja wirklich nochmal. Ich kann Schild sagen. Das heißt, wir überleben sogar nen blauen Sniper-Hit. Außer ein Headshot natürlich. Muss ja ein komplett anderes Team sein, weil der, den wir gequillt haben, war Solo. Der hatte den Kampf gewonnen. Ja. Da hinten sind sie. Westen. Zwei Leute kommen zu uns gelaufen. Die wollen uns abschneiden. Ja, okay. Da rechts gehen. Ja, guck mal. Die wollten uns abfangen. Oh, die kommen her. Komm, wir laufen hier und hinter dem Baum. Er hat dich gesehen oder was? Ne, wahrscheinlich hat er uns gesehen oder? Weil er so zu uns geguckt hat. Ne, er hat uns nicht gesehen. Er sucht uns da hinten. Guck mal, wie er uns da hinten sucht. Wir gehen zur Tankstelle. Jetzt langsam hinterher? Der zweite fehlt noch von dem. Beide an der Tankstelle. Ja. Gehen oben drauf. Ich glaub, ich suche uns dann. Aber wenn wir jetzt die Bäume benutzen, kommen wir ran. Wäre natürlich schön, wenn wir den schaffen, weil der hat halt ne Sniper. Die sind zwei, ne? Ja, warte mal kurz. Ich seh sie nicht. Drauf noch, oder? Oder hinter? Ne, jetzt weiter hinter, ne? Da einer steht unten drin. In der Tankstelle? Hast du ihn getroffen? Ne. Er war in der Tanke drin? Oben, er ist hinter der Tankstelle jetzt. Ja. Einer hat 30 HP nur noch. Einer ist da und der Sniper lebt noch. schafft er nicht aufzuheben. Sniper hat sein Schild verloren. Boah, schön. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Okay, mit Abschluss ist das Spiel nicht spielbar. Ja. Ja, wir laden gerade beide ein bisschen hoch. Ja, wir können sagen, wir fahren ein bisschen EP. Die Season endet in zwei Wochen. Also, das ist noch lange eigentlich, ne? Aber ich versuche wenigstens Max Level zu erreichen für die Season. Ähm, ja, weil es dann ja noch ein Item im Shop gibt, was man kaufen könnte. Und, ja. Deswegen spielen wir einfach immer ein bisschen nebenbei. Aber die Aufnahme laufen zu lassen schadet mir nie, weil es kann ja immer was Geiles passieren. Ich fand zum Beispiel, der Start war awesome. Also, wir haben ja Pleasant Park gewonnen. Ja. Komplett gewonnen. Flawless, übrigens. Nicht mal mit einem Treffer. Wo ein Team war beschädigt, sozusagen. Ja, ja, aber wir haben keinen Treffer abbekommen. Das stimmt. Nimm du den Schutztank. Links wurde gebaut übers Fluss, ne? Ja, aber anscheinend rechts der Trailer noch nicht. Das Schießen macht in dem Spiel so unglaublich viel Spaß. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann auch nicht wirklich sagen, warum. Ähm. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, es ist sehr direkt. Bei mir ist noch ein blaues Sniper, wenn du die haben willst. Also, nimmst du auf jeden Fall, denke ich. Die liegt da oben drauf, ne? Ja. Ich habe aber auch gebaut. Guck mal, wie viel Muni du gleich hast. Ich habe 15 Schuss, aber vielleicht hast du auch was. 7. 7. Ja, okay. Mit der einzelnen. Vielleicht reicht es aber erst. Ich kann ja noch 3 geben zu 0 oder sowas. Aber 7 Schuss dauert ein bisschen, bis die weg sind. Ich wechsle jetzt auf die AK. Hauptwaffe. Hä? Ich habe doch gar nicht hier... Green, green, green. Luft. Waffen. So. Wupp. Wupp. Wo ist das? Genau hinter mir. Close hinter mir. Alter, das kann doch nicht sein. Beide tot. Wo kamen die denn auf einmal her? Keinen Step gehört, ne? Loote du mal rein. Shit, du hast genau 75 Leben. Kann das sein? Kann ich nichts benutzen? Ne, ich kann noch einen nehmen. Eine, weil die Wand da war. Ja, nimm den. Hau rein. Hast du es selbst gehört von denen? Ne, wir haben aber auch gelabert, ne? Ja. Ja, die mussten ja auch in die Zone rennen. Die haben uns vielleicht gesehen, haben sich leicht angeschlichen, weil die Wand kommt ja gerade. Aber die wurden auch gut weggerubbt. Ich konnte wieder nicht treffen. Scheiße Ecke. Scheiße Ecke. Hier geht. Ich weiß, man kann immer noch Boden bauen unter einem. Ja, das hatten wir auch schon mit einer Folge. Nehm nochmal einen Verband. Na, 4, 3, den? Ja, warum nicht? Ich habe auch noch 15. So, ich habe nur noch 9. Ich glaube, an den Verbänden mangelt es nie. Obwohl, außer wenn man einen braucht. Ne. Passiert auch manchmal. Ist ein weiterer Weg. Wir können jetzt erstmal laufen. Der Busch ist seltener geworden, ne? Ja, ja. Viel seltener. Haben wir nicht einmal mehr gesehen, seitdem wir das hatten? Doch, doch, doch. Einen habe ich abgeschossen. Ja? Als wir da mit Kunden, das war sogar eine Folge, die schon online ist. Ähm, wo wir am Maprand langgelaufen sind, wo ich gesagt habe, da wart ihr noch hinter mir. Den habe ich schon vorher sozusagen fertig gemacht. Da haben wir aber gesagt, er hat sich gerade vor mir in den Busch verwandelt. Also, als ich... Ich habe gesehen, wer sich verwandelt hat. Ach, stimmt. Das Ding, ja. Das heißt aber, dass wir einfach viel Glück hatten, letztes Mal mit zwei Dingern. Vielleicht auch einfach nur, ähm, die Dropchance in den ersten Runden höher, damit die Leute das Item sehen. Also, damit so, hey, das existent. Nicht, ähm, Süden 105. Boah, jetzt bleibt er genau stehen lassen. Ich habe genau vorbeigeschaut. Ich habe ihn gehittet, ich habe ein Schild. Achja, wusstest du, dass man nicht mehr aus dem Scope rausgeht? Ja. Wenn du schießt? Das ist neu jetzt auch. Ich schieß mit der AR zurück. Vom Recoil her müsste das die Dingern sein. Der hat die epische Scar. Hab ihn, gekillt. Nein. Der schießt einfach so random in irgendeine Richtung. Ich hoffe, dass das nicht aus. Ja, deswegen... Ich war eigentlich sicher, dass er die Scar hatte. Weil da war absolut kein Spray-Pattern. Ah, da haben wir... Der stand, der ist stehen geblieben und ich habe verfehlt. Ja, ich habe geschossen, als er genau stehen geblieben ist. Also, ich habe vorgehemmt. All the name. Nicht die epische Scar, eine blaue. Er hat einfach nur geschossen. Ne, Moment, sie ist noch nicht da. Ne. Hä? Der hat eine Uzi. Deswegen vielleicht. Hat er einfach dauervoll oder was gemacht? Ja, ja. Oder halt die graue AR. Aber der wird mit der Uzi geschlossen haben, denke ich. Der wird einfach seine beste Waffe genommen haben. Ist ja auch lustig. Die Silenced-SMG bin ich sehr gespannt. Ja. Die Silenced-Waffe? Aber du hörst die Schüsse hier in dem Spiel sowieso nicht so laut, finde ich. Was man hier eher laut hört, sind die Sachen, die vorbeifliegen, ne? Da muss man mal schauen. Aber trotzdem, neue Waffen sind immer geil. Vor allem, Silenced-SMG könnte sehr genau sein. Das leben nur noch zehn Leute, Lull. Fünf. Also acht noch. Ja, aber wo sind sie? Ja, wir haben ja, wir haben einen Low-Ground mit Schräge. Lass mal erstmal hier in die Hütte gehen. Die ist zwar noch außerhalb. Aber ich will mit der Zone reingehen. Nicht, dass jetzt einer von da aus kommt, sozusagen. Okay. Hier ist aber schon einer. Ah, du bist auf deiner Seite. Hallo. Nur kurz gleich mit der Zone mitgehen. Wenn also jetzt fast schon los war. Nehmen Sie sich Quatsch. Aber ich will halt nicht, dass irgendeiner mich von hinten erschießen. Wenn, will ich im Kampf down gehen. Wir haben eine gute Position. Eigentlich eine geile Zone. Also, die Ecke, meine ich, ist eigentlich super gut. Na gut, wir sehen nicht viel, ne? Ja, aber die nächste Zone, wo die ist. Okay, wir bleiben hier oben, ne? Na ja, wir bleiben hier. Guck mal, wir können, glaube ich, ein Hügel weiter gehen gleich. So, jetzt müsste dann das drin sein als nächstes hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Norden an dem Baum noch einer ist. Das zu... Oh! Was hast du? Ja, die ganze Scheunen... ...chose. Ja, ja. War ich. Hinter dir kann halt noch was kommen, ne? Sozusagen. Oben aus der Hütte. Nur für mich erstmal ein bisschen gebaut. Viele Häuschen noch. Ziele ist sichererweise kein einzigen bis jetzt. Ja, guck mal da, das ganze Farmgebäude ist noch drin. In der Scheune hier links von mir, also die erste 150 bei mir, ist was drin gebaut worden. Okay. Hm. Ah, da hinten bei uns so eine riesen Hütte Richtung... Ja, für dich Südosten wahrscheinlich. Osten. Hinter dem... Hinter der Farm noch? Ja, ne ganz links. Von der Farm weg. Ja, ja. Ja. Wo ich jetzt gucke auf dein Wendimap? Ja. Ja. Siehst du es? Seh ich... Ne, ne kann ich nicht sehen wirklich. Lass uns den Weg, okay. Ah, ich sehe einen sogar vor mir. Der läuft auf uns zu. Von? Also wie weit weg noch? Aus der Stadt raus. Boah, so 10 Meter. Jetzt ist er hier vorne drin. Ist ja genau vorne drin. Da in der Hütte ist er reingelaufen, in der Scheune. Ne, der traut sich nicht rein. Guck mal. Lass den Feld jemand nehmen. Ah, ja jetzt. Sein Maid lebt halt noch, ne? Da hinten. Da kommen Granaten. 60 Grad. Sein Maid. Oh, und snipet noch irgendwas. Wir müssen weg. Ich muss weg. Irgendwas hat noch gesnipet. Sein Maid ist tot. Ich muss weg. Nein! Granatenhagel. Ich komm runter. Lass mich erst noch weinen. Oh, ja okay. Es gehen wir. Das ist der Sniperhügel hinten. Das große Ding da, was ich vorhin meinte. Der Snipe runter. Und flupp. Da kommt eine Rakete, oder? Ja. Du musst nicht weg. Du musst weg, falls ich sterbe wieder. Wer sind wir noch? Der hat lange gebraucht. Bis die hier war. Ja, ja. Wie gesagt. Das ist der ganz hinten. Das sind locker 200 Meter. Ich guck eben, ob der einen Medi oder sowas hatte. Der hatte Medis. Der hatte Medis. Das ist riskant, was ich gerade mache. Ja, die bauen da gerade. Sind ja nicht die letzten. Ich lauf auch mal kurz los. Dann guck mal was der andere hatte. Komm wieder zurück. Wie gesagt. Die sind wirklich am Arsch der Welt. So eine epische AR. Schild dran oder so? Nö. So eine Falle, ne? Ja. Geh wieder in meine Ecke. Jupp. One shot. Auch von da oben wieder, ne? Wir haben einen krassen Dude da stehen. Guck mal weiter. Krieg mal weiter. Damit ich noch eine Wand setzen kann. Genau deswegen. Ich kann hier einfach runterkriechen. Nur noch einen weiter runter. Ja, ja. Das sind nur die da oben, ne? Ja, ja. Er wird eh denken, dass du hinter der Wand sitzt. Von daher. Hast du Bandagen noch? Ja, 15. Okay, gut. Ist doch krass, dass die so snipen da oben. Ich meine, die Kugel fliegt ja eine Weile von der Entfernung. Ja, guck mal. Werner, wir ziehen jetzt mal zwei da ab. Das sind fünf. Zwei davon sind wir. Könnten drei einzelne sein. Die überbleiben. Ja, die sollen da mal rumballern. Das ist uns ja egal in der Sicht. Jo. Dafür habe ich schöne Waffen aufgesammelt. Hat sich gelohnt, der Trade. Also du siehst, wo das ist, ne? Ja, ich habe ihn auch angesch... Also lass mal ganz rechts rum. Das ist schon krass, wie weit er schießen kann mit der Sniper da und trifft. Bei voller Bewegung. Und... Sicher. Ja. Die kriegen gerade noch einen Airdorf, die Jungs da anscheinend. So. Ja, ja, ja. Vor uns baut einer, ähm, auf der anderen Seite der Scheune sozusagen. Ich hab einen niedergestreckt, das war einer von den beiden. Wir haben beide Raketenwerfern, hast du das aufgefallen? Wir können jetzt näher ran jetzt, wir können wenigstens in die Zone, der Camp muss ja aufheben. Vor uns haben sich den Airdopsch gebitzt, ja, ja, okay, das war aber egal. Warten wir mal kurz hier, ja, wenn wir jetzt von der Seite gesehen werden, ist es vorbei. Ich glaube, das sind alle hier, die wir hier sehen. Vor uns ist, vor uns ist auf jeden Fall eine Gruppe, sollen die erst mal bauen. Sollen die zwei? Ja, lass dich erst mal ballern. Oh, die ballern auf einen anderen, ne, der hat das weggebaut. Okay, guck mal, die schießen, jetzt werden die bombardieren. Warum ist der eine Kürbis nach der linken Kürbis? Die sind bei den Airdop kaputt. Guck mal, da hängt ein Airdop-Ding. Sollen die mal ihre Munition verballern? Boah, die sind aber hart gewaffnet, die beiden. Ups, okay, Finale. Äh, jetzt lass mal gucken, wo die nächste Zone hinkommt, vielleicht müssen die weg. Was ist das hier? Hat der auf uns geschossen? Ne, auf ein Holzstück. Sind die noch drin? Vielleicht. Wir können den Boden wegschießen jetzt, oder? Ich kann mich nicht mehr hinhocken. Den Boden wegschießen. Nur die eine, die Wände, die dran sind. Komm, komm, komm. Auf die, die dran sind. Auf die, die, die... Einer ist runtergefallen. Wir können näher ran. Der lebt aber noch. Der baut sich unten grad hoch. Medikit, Alex. Da liegt ein Medikit. Ja, ich hab noch Raketen. Die droppe ich vorher. Habe ich gedroppt? Zwei Medikit sogar. Ob die schon unten sind? Ich glaube, die sind schon unten. Dann drehen wir auch, ja? Die sind noch mehr Raketen, ne? Ja, ich hab, ich hab, ich hab eine ganze Menge. Ne, rechts sind die vom Tower. Einer von denen ist rechts. Da ist der denn ein? Das geht auf mich. Mist, wie weit ist der eine jetzt rechts weggelaufen schon? Ganz rechts, guck mal. Siehst du ihn? Der ist schon fast unten an dem Baum, der da ist. Der einzelne. Der ist jetzt am einzelnen Baum. Diese Weide. Ich weiß nicht, wie der so Sachen runterhängen lässt, ja? Ja. Ich hab einen ausgenockt. War das der unten? Ja, das war der untere. Ok, wo ist der obere? Der muss da drin sein, ne? Wo ist denn der obere? Links am Baum hat er mir vorbeigeschossen. Ja. Der hat hinten untergesprungen. Nicht hingehen bitte. Ja, ja. Ist hinter dem Ding. Nice, Alex. Voll die, voll die sicke Runde. Wir haben die direkt gerufen. Ich hab nur einen Kill, weil ich nichts getroffen hab am Anfang. Ich hab elf. Wir haben zwölf Leute umgebracht. Easy peasy. Das Finale war nice. Wir haben uns gut angeschlichen. Das war eine geile Runde, Leute. Lasst gerne einen Like. Da schaut auf jeden Fall bei Alex vorbei. Wir sehen uns von nächsten Mal wieder. Machen Sie ein bisschen. Ciao. Ciao.